Deitra Ding Call auf Coca-Cola GC 27 G8 22.06.2020 Gewinn 520 Euro in 38 Minuten Autor deseltsamec Kenzi YouTube Call auf Coca-Cola WKN GC 27 G8 ISIN 0GC 27 G86 22.06.20 15.42.33.10 20.000 6620 Euro 22.06.20 15.48.34.80 20.000 66960 Euro 22.06.20, 15.53.33, 9.020.000, 6780 Euro, 22.06.20, 16.734, 7.020.000, 6940 Euro, 22.06.20, 16.14.35, 7.020.000, 7140 Euro, 22.06.20, 16.20.35, 7.020.000, 7140 Euro, Gewinn in 38 Minuten, 520 Euro.